Ja gut, ich habe ihn das erste Mal dann kennengelernt, 2002 im November, das erste Mal, ich saß neben ihm, das erste Mal, dass er mit mir gesprochen hat, war dann glaube ich 2005. Dann gab es noch das andere Problem, das werden ja bei uns immer die Handtücher, jeder Spieler hat ein Handtuch, nur komischerweise war bei mir nie eins da und ich habe mir gedacht, wo ist denn noch mein Handtuch? Und neben mir sehe ich einen Oli, wie er sich seine Haare macht, seine Handschuhe poliert und alles mögliche und hat zwei Handtücher. Und ich habe mich natürlich damals nicht so getraut zu sagen, lass mal mein Handtuch da, bin dann nochmal extra nochmal hintergegangen und habe mir noch eins geholt. Also das war, ja es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dann mein Handtuch hatte.